So, wir haben, glaube ich, gerade rausgefunden, wie man diese legenderen Schätze hier platziert, ne? Äh, irgendwie so. Sieht aus, als würden wir eine Reise ins Wolkenreich machen. So nicht. Normalerweise lassen sie keine gewöhnlichen Sterblichen in ihre königliche Stadt. Gut, dass du mich dabei hast, steht's? ZL, glaube ich. Jetzt kann man nicht mehr platzieren. Egal. Sieh zu, dass du alles hast, du mal so, äh, L. Kapitel 11 oder wo. Achso, wir können natürlich auch sagen, dass wir nicht bereit sind. Achso. Weiß ja, aber sowieso, mein ich. Dann sag erst mal. Können wir das noch mal probieren? Das ist irgendeine von den direkten Schultertasten, glaube ich. Da, genau. Wir werden die Schätze auswählen. Ja, hast du jetzt auch irgendwie gesehen? Platzieren. Ja, aber nicht irgendwo platzieren, es ist rot. Sieht aus, als ob du pinkelst. Ja, ich pinkel den Rechen mal genau hier hin. Der legendäre Rechen liegt da. Hallo? Autsch. 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 Was tut der jetzt eigentlich? Autsch, er tut weh. Was ist da eigentlich irgendwas, was er tut, oder? Du hast voll und platziert hast? Ne. Autsch. Guck mal, ich brüste mich aus. Gut, also weiter mal in Kapitel 11, ja? Ja. Bist du, äh, bereit, dieses donnernde Blitzdings aus dem Wolkenreich zu holen? Ja. Ja. Ich bin voll der Trollschatz. Was hattest du jetzt eigentlich gedrückt? Ähm, irgendwas von da hinten. Ah, die Könige, wir schnappen hier und sie donnernde Blitz und verschwinden hier. Willkommen im Wolkenreich, Skylander. Ich bin jetzt doch eher denn hier auf der Bibliothek. Blitz schon für dich bereitgelegt, aber dann kam Chaos Streitkräfte und nun, weißt du, äh, sie versprachen uns Sicherheit, wenn wir uns ihm anschließten. Natürlich, die meisten von uns fanden, das ist eine schreckliche Idee, aber Lord Stratosphere, er ist eher konservativ und war anderer Meinung. Deshalb sind wir hier ein wenig in Aufruhr. Die Konservativen mal wieder. Sozusagen. Nährische Flachländer. Lord Stratosphere. Nur Chaos kann das Wolkenreich beschützen und mir diese hübsche Villa mit Aussicht über das Tal besorgen. Aber wenn du die Macht des donnernden Blitzes und mit den Taten willst, dann komm und hol ihn dir. Es tut mir leid, Skylander, Lord Stratosphere hat der Unterklasse nie vertraut. Das ist nichts Persönliches, er ist einfach nicht so offen wie ich. Unsere Sturmhörner können den schrecklichen Nebel beseitigen, den Stratosphere heraufbeschworen hat. Nur du allein kannst Stratosphere aufhalten, Skylander. Möge das Licht dich beschützen. Du musst das Sturmhörner erreichen, um die Wolken loszuwerden, Skylander. Beeil dich! Du solltest im Nebel besser vorsichtig sein. Es ist der perfekte Ort für böse Jungs, um sich zu verstecken. Ich sag ja nur. Wow, Flynn! Das ist ein guter taktischer Tipp. Hm. Die Sturmwolken sind furchtbar. Du musst diesen schrecklichen, lauten Stratosphere aufheißen. Sieh nur, was die Luftfeuchtigkeit mit meiner Frisur anstellt. Tja, Affen können halt nicht so gut. Klapp. Ich will das nicht. Ich hab einen tollen Hut. Ja, einen sehr tollen Hut. Ich hab einen tollen Hut! Das ist der Dach. Hihi. 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 Skyländer des Lebens-Elements sind in dieser Zone stärker. Hihi. Hihi. Was grenzt du so? Ist das überall noch Geld? Hihi. Ich hab einen Fass. Deswegen grenzt du so? Ja. Hurra! Die Wolken sind weg. Gut gemacht, Bauer. Sind sie? Ich seh immer noch welche. Ich kann mal wieder zurück. Ich denke, wir brauchen für einen Sturm dieser Größe ein größeres Horn. Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Er hat irgendwie Nebel gemacht. Im. Äh. Jetzt ist er plötzlich größer. Heute dreht sich. O, weiße. Der Tresse hat immer diese Wolken geschressen. � Ich glaube, hier geht es weiter. Ja, klar. Das ist ein Mann, ja auch Gegner. Du, dass du da bist, Skylander! Dieser schreckliche Chaos bringt seine schleimigen Trolle in unsere reizende Stadt! Du musst ihn aufhalten! Bitte halte Chaos-Transportschiff auf! Das ist ganz schön leise! Ja! Kann ich denn was für? So, ne? Das ist halt leise! Wer ist denn der Bediener der Fabian? Ja, das war Fabian genauso! Ne, doch! Der Typ ist so leise! 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 Das ist so leise! Das ist so leise! Der Typ ist so leise! Nein, das braucht man nicht! Dann spiel ich doch gerade! Der Typ ist so leise! 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 Das ist so leise! Der Typ 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 ist so leise! Ja, ihn will nicht sagen! Oh ne, das will ich vielleicht mal sagen, äh... Das ist eine Art zu feuern. Aber die funktioniert eben nicht immer und ich will nicht raus, wenn die funktioniert. Ich würde ja mal sagen, wenn das hier ein Supercharf ist. Ja, und woher weiß ich das? Wir haben die Luftunterstützung, Skylander! Oh, die Luftverlust. Ein Boost ist hier übrigens zum Beispiel hier drin. Oder das? Oh, ich bin jetzt besser schneller. Nicht schlecht, Skylander! Sind nur noch ein Paar übrig! Luft. Was du zum Beispiel eben gesehen hast, drei Raketen abgeschossen. Das war... War ex. Nur noch alter Paar nicht mehr! Das war klar! Du hast da sowas von geschafft! Hab da sowas von geschafft? Ah ne, wir! Sowas! Ja! Wobei ich sagen muss, ich fand die Mini-Games zum Beispiel beim Swap, war es lustiger. Ja! Ich finde die hier auch nett, aber eben auch nur nett. Ja, genau. Und es ist trotzdem ganz gut umgesetzt. Also... Entsprechend auch. Ja! Ich hab's nicht so gut erwartet. Ich hab's nicht... Also die Fahrzeuge, die haben hier schon ein bisschen... Ähm... Ja! 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 Was hast du denn... Ich kann doch nicht wissen, dass das so tief fällt! Außerdem können wir ihn noch machen! Ja! Fuck! Ich bin so jung! Ich bin so jung! Ich bin so jung! Sie sind quasi im Kampf gerade ausgelöst. Strandball! Die müssen wir an den Strand legen, eindeutig. Wo willst du denn schon wieder hin? Ich will die Plattform angucken, ob meins liegt was drauf. Nämlich zum Beispiel Moneten. Ja, das ist ein bisschen Kleingeld. Ka-ching! Nein! Lauf mal ab! Wie geht denn mein Vogel ab? Ja, der ist ganz schön kierig. Noch mal was? Ja, hab ich doch gesagt, du bist... Ja, das war clever. Sehr schlau. Geil für beide jetzt. Ding! Aua! Aua! Oh, du bist da. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Nein! Das wird's aber aufpassen. Ach, da! Hab ich nicht so gesehen, dass der Gelegen erst noch mal hin wird. Aber es gibt hier sowieso nichts wie keine Reben von hier haben oder so. Nein, das ist mir nicht ganz so schlimm. Na ja, das ist mir nicht. Ich weiß allerdings nicht, wann der wieder lebt. Denk mal im nächsten Kapitel. Also im nächsten Kapitel oder im nächsten... Im nächsten Kapitel! Meint ich. Denk ich zumindest. Ich seh nichts mehr. Wir haben die Schnapslieferung. Das ist doch... Dieser wirbelnde Kristall sieht ziemlich verdreht aus. Ich werde sogar die Brücke weiter vorne ausgefahren. Äh. Aha, aha. Da sind wir halt so einer Meinung. Ja. Wir müssen schon gleichzeitig irgendwie richtig fahren. Ja. Wir müssen gar nicht unbedingt beide laufen. Ja, dann kann ich mal wieder laufen. Ja. Ja. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber... Gut, dann mach doch. Okay. Jetzt hätte man vorher rauskriegen sollen, dass das gar nichts tut. Ja. Ich hätte ja irgendwie so eine Angst davor haben müssen. Ich hätte ja irgendwie so eine Angst davor haben müssen. Ja. 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 So machen wir das Skylander? Boom. Der einzige Weg zu Stratosphere führt über dieses Strasse zu Marktplatz. Ja, kein Blanche aufköp. Marktplatz. Ich suche neuen Gesprächsstoff und das wolkige Volk stellt teuren Krimskrams her. K impression. Konzentrier dich, Flynn!